Hier oben ist die Terrasse von der 24-Stunden-Wieber. Direkt der Meerblick ist halt super schön, da kann man sich halt auch auf den Balkon setzen und kann das auch ein bisschen genießen. Das ist halt echt schön. Wenn man weg hat mit den Landseitezimmern, wohnt man direkt über den Eingang, wo jeden Tag die Busse und alles fahren. Das ist halt nicht so der Burner. Deswegen nie die billigsten Zimmer nehmen, sondern immer die teuersten oder die besseren. War Matthias?